Ein Blinder malt. Mystery. Es ist Sonntag und ich male etwas. Ihr ratet und schreibt dann in die Kommentare, was ihr glaubt, was es ist. Letzte Woche schien es mir einfach mit der Angel. Diese Woche glaubt meine Freundin nicht, dass ihr es erraten könnt. Ich beginne. Nun geht es weiter mit Grün. Das Ende ist noch einen Zentimeter da. Ja, genau. Einen Zentimeter da. Ja? Ein bisschen runter. Ja. So. Und als letztes. So. Okidoki. Dann ratet mal fleißig und bis dann.